Ich bin der Michael Hagenlocher. Ich bin einer der zwei Geschäftsführer der Kopf GmbH. Ich bin Stefan Westphal, der andere von den beiden Geschäftsführern. Wir sitzen hier in Stuttgart, bauen schöne Möbel und seit 2018 machen wir das gemeinsam. 2019 haben wir dann übernommen und sind Inhaber und Geschäftsführer und ziehen mit unserem Team zusammen diesen Karren und freuen uns, dass wir tolle Aufträge bekommen und schöne Möbel herstellen dürfen. Wir haben ein offenes Ohr und wir kümmern uns. Wir finden, glaube ich, immer eine Lösung dafür. Wir kümmern uns deutlich. Wir bieten ÖPNV-Zuschuss. Ein Jobrad ist möglich. Wir kümmern uns um unsere Familie. Genau, also das ist das, was das ist schwer rüberzubringen und das ist auch was, was man vielleicht in der Woche Probearbeit nicht sofort gleich alles sieht. Aber es gibt sehr, sehr viel drumherum. Dieses Drumherum versuchen wir, dass dieses Team, dass die Rädchen, dass die Leute als Team dastehen. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Genau, und so wie man sich dann auch um seine Familie kümmern muss, so kümmern wir uns eigentlich auch um unsere Mitarbeiter. In diesem Zuge zum Beispiel haben wir auch für jeden, der möchte eine Betriebskantenkasse abgeschlossen. Ja, wir haben vermögenswirksame Leistungen. Wir zahlen, wenn es ein gutes Geschäft so war, zum Beispiel eine Tandier mehr oder ein Obolus obendrauf. Wir bieten 30 Tage Urlaub. Mir gefällt hier an der Arbeit sehr das Klima. Die Kollegen sind sehr nett. Ich habe mit allen Kollegen guten Kontakt. Sie sind sehr höflich, sehr offen, hilfsbereit und das freut mich. Ich mag es einfach zu sehen, was man am Ende vom Tag gemacht hat. Wenn man seine Ergebnisse sieht, was man gearbeitet hat, das macht sehr Spaß eigentlich. Kopf als Arbeitgeber würde ich sagen, ist ein guter Arbeitgeber. Also ich bin nicht mehr zufrieden. Also mir gefällt hier an der Arbeit das Team. Es ist ein super Team, wo wir haben. Auch die Chefs sind ein und frei. Mit denen kann man über alles reden. Wenn es Probleme gibt, die zwei versuchen, einem zu helfen. Also das Verhältnis zu den Kollegen ist auch sehr gut. Wir sind in der Werkstatt vier Gesellen, bloß die Azubis, die immer hier sind. Wir verstehen uns alle gut, helfen einander und auch die Monteure ziehen alle an einem Strang und das merkt man auch. Schön zu arbeiten.